Willkommen zurück meine Lieben, es ist tatsächlich schon wieder was passiert. Es herrscht allerhöchste Alarmstufe, die Institutionen, sie sind endgültig da. Etwas, das man im Bitcoin-Bereich schon seit vielen Jahren bespricht, aber jetzt ist es soweit. In weniger als einem Monat gibt es die erste Deadline für eine mögliche Zulassung des Bitcoin ETFs von BlackRock. Das wäre dann nach meinen Informationen der 8. Januar 2024 und wir sprechen heute über die ganzen Institutionen, die jetzt schon da sind, was das bedeutet für den Bitcoin-Markt und warum jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn ist. Und ich extra dazu auch ein Video gemacht habe, das wir euch natürlich verlinken, das vor ungefähr knapp 24 Stunden online gegangen ist. Ja, es gab vor ein paar Tagen eine Headline, die hat ein bisschen seine Runden gemacht, aber ich glaube, viele haben gar nicht wirklich verstanden, worum es dabei ging. Und zwar, vielleicht spreche ich es jetzt falsch aus, aber Cantor Fitzgerald, also ein Finanzdienstleister aus der USA, aus New York genauer gesagt, mit 12.000 Mitarbeiter. Also man kennt nicht die genauen Umsätze, nicht die Marktkapitalisierung von dem Unternehmen. Aber nur mal so als Vergleich, also BlackRock hat 20.000 Mitarbeiter und Cantor Fitzgerald, die haben sich genau darauf spezialisiert mit Aktien und Anleihengeschäfte für Institutionelle. Und hier hat der Howard Ludnig eine Aussage gemacht, die blende ich jetzt mal kurz ein. Ja, und wie man sehen kann, ist die Aussage sehr, sehr deutlich. Und ja, Nico, kannst du mal ein bisschen erklären, was für eine Schlagkraft hier vielleicht auch dahinter steckt, weil viele kennen den jetzt gar nicht, aber es ist schon wieder eine Aussage hier von einem CEO, von einem Unternehmen, was schon eine gewisse Relevanz hat. Eine ganz große Relevanz, also Mainstream pur. Cantor Fitzgerald, also einfach amerikanisch, ja, zuerst das Ä und dann das J, dann hast du, du hast es jetzt auf Deutsch ausgesprochen, das waren wahrscheinlich irgendwann mal auch deutsche Namen, aber es ist natürlich jetzt Cantor Fitzgerald. Großer amerikanischer Broker, ein Haushalt nebenan der Wall Street und der setzt sich dann in diesen Podcast und sagt dann, er interessiert sich für Kryptowährungen, aber, und das ist das Interessante, er nimmt sich die Zeit und sagt, aber nur damit das klar ist, ich rede nur von Bitcoin, von Bitcoin only und nicht von irgendwelchen anderen Sachen. Die anderen Sachen interessieren mich nicht, daraus wird nichts, sagt er. Das heißt, er hat diese, er klingt wie wir, ja, der klingt wie wir, sitzt aber halt irgendwie, ich glaube Bloomberg war das in einem Podcast, super Mainstreamig, ja, und diese Story, die wird jetzt immer und immer und immer wieder wiederholt. Es ist fast schon absurd, wenn man ein bisschen länger schon im Bitcoin-Space dabei ist, aber wenn jetzt heute Leute einschalten, die jetzt vielleicht gestern mein Video gesehen haben, die vielleicht sich mit Bitcoin noch nicht so oft beschäftigt haben, an die auch die Botschaft, es ist eigentlich nie zu spät, ja, ich habe ein bisschen Druck gemacht, ich habe gesagt, die Zeit tickt, weil Camter for Charity ist ein Symptom, das Symptom dessen, dass da hinter BlackRock und anderen Firmen wiederum Leute stehen, die dann auch wollen, dass dieses Asset auch beworben wird und dann, wenn der BlackRock ETF einmal da ist, ich weiß nicht, ob ich das schon vernünftig in Worte gefasst habe, was das bedeutet. Wir reden da von unglaublichen Mengen an Geld, die in diesen Finanzgiganten drinstecken, die bis jetzt nicht in Bitcoin investieren konnten und die vielleicht bis jetzt nicht in Bitcoin investieren wollten. Sie konnten nicht aufgrund von regulatorischen und technischen Hürden und sie wollten nicht, weil Bitcoin eben noch dieses bisschen verruchte Außenseiter-Image hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, der auch ganz interessant ist. Es kann auch sein, dass sie nicht in Bitcoin investieren konnten, weil Bitcoin einfach noch zu klein ist vom Preis. Es gibt einfach für Leute, die Milliarden auf einmal investieren wollen, muss man erst mal eine gewisse Marktkapitalisierung erreichen. Und das bedeutet bei Bitcoin, da es ja auf 21 Millionen Stück begrenzt ist, einen gewissen Preis erreichen, dass das einen Sinn macht. Aber in dem Moment, wo der ETF zugelassen wird, ist das, und das ist die Botschaft auch von dem Video gewesen, das ich gestern gebracht habe, dann ist es zu spät, noch irgendwie das Ganze wie zu Frontrunnen, sich damit zu beschäftigen. Dann schlägt das im Mainstream voll auf. Das heißt noch lange nicht, es ist nicht zu spät, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Ich glaube, ultimativ wird sich jeder Mensch auf der Welt mit Bitcoin beschäftigen müssen und jede Regierung und jede Privatperson und jede Firma. Aber jetzt ist noch die Zeit, wo Bitcoin sein positives Außenseiterranddasein noch ein paar Wochen genießen kann. Vielleicht wird der ETF abgelehnt, dann werde ich Asche über meinen Hauptsträumen und sagen, sorry, dann habt ihr noch mehr Zeit. Aber Bitcoin geht deswegen nicht weg, Bitcoin bleibt. Also wir erleben live, wie diese breitere Akzeptanz gerade voranschreitet. Also auch in den Medien wird sich ja meistens immer ziemlich negativ darüber geäußert. Aber was man ja auch Positives darüber sagen kann, mittlerweile ist in jeder Zeitung, in jedem Nachrichtenblatt wird irgendwo mal Bitcoin und Krypto erwähnt, auch wenn es nur total oberflächlich ist. Jetzt ist die Frage, viele sagen immer, Bitcoin ist ganz unpolitisch. Es hat natürlich alles seine Argumente für und dagegen. Aber natürlich die Idee von Bitcoin, die strukturiert ja die Machtverhältnisse in der Welt eigentlich nochmal ganz neu. Die Wahrheit ist, dass die Vorstellungen, die die Bitcoiner oder einige Bitcoiner darüber haben, wie eine Welt aussieht, in der Bitcoin stärker akzeptiert wird, sind genau nur das. Es sind Vorstellungen. Bitcoin ist in der Lage, langfristig ein Finanzsystem zu schaffen, das auf harten, klaren, offenen Regeln für alle beruht. Und deswegen bin ich wahnsinnig positiv, was Bitcoin betrifft. Vor allem die Idee von Bitcoin und den bisherigen Erfolg von Bitcoin. Das heißt aber nicht, dass nur weil morgen vielleicht ein Bitcoin-ETF eingeführt wird, deswegen die Machtverhältnisse auf der Welt neu gemischt werden und jetzt plötzlich der unten war oben ist. So funktioniert die Realität nicht. Bitcoin ändert nichts an der Realität und es wird ganz im Gegenteil. Ich sehe das eher als Versuch derer, die heute an der Macht sind, auch quasi sich Bitcoin anzupassen, möglicherweise auch Bitcoin für ihre Zwecke zu nutzen. Man kann auch sagen, zu missbrauchen, beziehungsweise einfach zu sagen, naja, hey, schau, das ist jetzt schon ein 500-Milliarden-Markt, das kann ein 1.000-Milliarden-Markt sein, 2.000, 3.000, das kann auf die Marktkapitalisierung von Gold steigen. Und da möchtest du natürlich dabei sein, wenn du BlackRock bist oder Cantor Fitzgerald oder Fidelity oder was auch immer. Und als nächstes werden wir natürlich sehen, dass die Investmentbanken dann aufgebaut auf den ETFs und auf dem Bitcoin-Hype werden die eigene Produkte erfinden. Da kommt dann, habe ich letztens erst gehört im Podcast, super Idee, der Goldman Sachs Beyond Bitcoin Fund oder der Bitcoin Opportunities Fund. Also da gibt es ja am Ende des Tages, ist das jetzt die Finanzierung von Bitcoin in einem Fiat Art und Weise. Wir sind die erste quasi Gruppe, die das irgendwie auch realisiert, was da passiert. Also die Goldminer haben nicht verstanden, was da passiert. Wir realisieren es schon und Bitcoin ist auf das auch vorbereitet, weil Bitcoin kann ich ja auch jederzeit in Eigenverwahrung nehmen und kontrollieren und darauf aufpassen. Und ja, es wird auch den Bitcoinern viel Verantwortung zukommen. Am 1. Jänner mache ich dazu eine Folge mit FAB von Confinity und Aprico, wo wir über das sprechen, dass uns natürlich viel Verantwortung zukommen wird, die Grundidee von Bitcoin auch weiterzutragen und weiterzutransportieren. Aber jetzt geht es erstmal darum, der nächste Schritt ist A, Akzeptanz im Mainstream und B, dadurch, ich will jetzt nicht zu bullisch wirken, weil ich bin nicht der Typ, der immer so einen Preis rumreitet und so. Aber wenn da so eine Mauer aus Geld in Bitcoin hineinfließt, dann könnten wir schon Feuerwerke sehen. Und ich glaube, es ist wichtig, darauf mental vorbereitet zu sein, zwar sowohl, wenn man gar keinen Bitcoin hat und Bitcoin ignoriert. Das wird ganz schwierig sein. Aber selbst wenn man Bitcoin besitzt, weil viele von denen, die heute dabei sind, haben so einen richtigen Bullrun auch noch gar nicht erlebt. Und ich habe es ein paar Mal erlebt, ja. Ja, und die Leute reden darüber, das ist ja das Wichtige. Viele bekommen dann halt schon auch irgendwo FOMO und Unternehmen wollen ja auch auf den Zug irgendwo aufspringen. Also jetzt gab es auch die Schlagzeile, dass SBI, das ist ein Finanzdienstleister aus Japan, die kooperieren mit dem zweitgrößten Unternehmen der Welt, wenn man vom Umsatz her rechnet, nämlich Saudi Aramco und ist alles ein bisschen wischiwaschi so. Aber die wollen halt irgendwie auch eine Abteilung für Digital Assets aufmachen, die sich damit beschäftigen, da irgendwelche Investitionen machen. Also Fun Fact an der Stelle, dieser Finanzdienstleister aus Japan, die sind auch der größte Shareholder von Ripple seit vielen Jahren. Das ist halt dann aber natürlich auch irgendwo der Struggle, dass manche Unternehmen den Move machen mit Bitcoin only und manche sehen das Ganze als Web3, Digital Assets und so. Aber natürlich, der Markt macht seine Fehler, oder? Genau, der Markt macht seine Fehler. Jeder darf machen, was er will. Und dass Saudi Aramco überhaupt auf Digital Assets jetzt gehen kann, weil Saudi Aramco ist, wie du sagst, die zweitgrößte Firma der Welt. In Sachen Industrie wahrscheinlich die größte Firma. Das ist der Ölkonzern, das saudische staatliche Ölkonzern. Also größer wird es nicht mehr. Und natürlich hat Saudi Aramco ein enormes Interesse daran, Bitcoin zu adoptieren, weil die haben genug Energie quasi rumliegen, die sie mit Bitcoin-Mining füttern können. Ob es jetzt bei dieser Kooperation mit SBI, mit den Japanern, Digital Assets, ob es da jetzt um Bitcoin oder um andere Geschichten konkret geht, traue ich mich nicht zu sagen. Aber es ist interessant, dass das jetzt alles kommt. Max Kaiser hat gleich gesagt, ja, die bereiten sich darauf vor, für Saudi oder Katar oder was auch immer Bitcoin zu kaufen. Ich glaube, dass Max da übers Ziel hinausschießt mit diesen ganzen Ankündigungen, dass hier Katar und so, ja. Aber das kann sich doch auch positiv auswirken, oder? Also in dem Zeitalter, in dem wir heute leben, mit diesen ganz, ganz schnellen Medien, dann kann sich sowas dann schnell auch nach oben steigern. Genauso wie es bei Bankrun so sein kann, dass viel schneller Panik sich verbreiten kann. So kann das doch auch bei Bitcoin sein, wenn dann Max Kaiser dann einfach immer irgendwelche wilden Aussagen tätigt und den ganzen Markt anstichelt. Ja, aber ich bin mir da, also erstens hat es ja nicht wahnsinnig viel bewegt, nur weil Max Kaiser irgendwas twittert. Aber ich tue mir da schwer, weil das ist ja auch nicht dann seriös, ja, irgendwelche Gerüchte anheizen. Ich weiß schon, wir leben halt in einer Welt, in der ist das ganz normal und viele leben von den Gerüchten und so. Aber das, erstens mal der Bitcoin-Preis wird wahrscheinlich von den ganzen Produkten, die da jetzt lanciert werden, profitieren. Dafür braucht man Saudi-Arabu nicht, Katar nicht. Und das Zweite ist, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Katar bin oder Saudi-Arabien, wenn ich in irgendeiner Form mit Bitcoin was tun will, wenn ich Bitcoin anhäufen will, das Letzte, was ich mache, ist eine Presseaussendung. Das Letzte, was ich mache, ist zu sagen, ich pumpe da jetzt 500, er hat ja gesagt 500 Milliarden, so viel Geld haben die ja gar nicht. Also ich pumpe da jetzt eine halbe Billion rein. Das würde den Preis komplett ballistisch schießen, ja, und bringt ja gar nichts. Sondern du müsstest dich ja im Hintergrund, du müsstest eigentlich Bitcoin meinen, müsstest Bitcoin aus Steuern nehmen, müsstest die ganze Regulatorik aufmachen, ja. Du profitierst ja, ich glaube, es ist auch für Einzelpersonen nicht, für uns als einzelne Bitcoiner ist es wahrscheinlich schwieriger zu verstehen, dass ein Staat und auch eine große Firma wie BlackRock ja ganz andere Interessen hat, als nur jetzt Number Go Up. Also Saudi-Arabien hat genug Assets, die haben Öl und Gold und Ding, die interessiert das gar nicht so sehr, dass sie jetzt irgendwie ihr Geld dort anlegen. Also ich glaube, ein Geld mangelt es denen nicht, ja. Sondern was die interessiert ist, dass sie technologieinnovativ sind, dass sie Leute ins Land holen. Und dafür ist, glaube ich, auch Bitcoin stark. Aber so weit sind sie noch nicht, so weit sind sie noch nicht. Und es gibt noch keine offiziellen Dinge dazu. Klar, wenn Saudi-Arabien will, könnten sie Bitcoin einen Riesenschub geben und einfach anfangen, Öl in Bitcoin zu handeln. Das wäre natürlich sensationell, aber das ist erst der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist die Adoption des Wertspeichers Bitcoin. Ich glaube, es ist auch mental wichtig, das zu trennen. Leute, die Bitcoin in einem ETF halten, machen das nur aus Wertspeicherspekulationen. Es gibt keinerlei Bitcoin-spezifische technologische Anwendungen. Da geht es wirklich nur um Number Go Up. Und darum geht es jetzt. Das ist auch die Hauptstory, hat auch Michael Seeler gesagt im Interview, das wir in Innsbruck gemacht haben. Das ist die Hauptstory des Jahres 2024. Der Wertspeicher Bitcoin wird adoptiert durch die Wall Street im Grunde. Und die verbrechen sich ja auch davon den nächsten großen Boom. Das darf man ja nicht unterschätzen. Die wollen ja was dafür. Die wollen ja Geld verdienen. Die wollen ja cool dastehen. Aber sie werden auch dafür sorgen, dass Bitcoin gegenüber den potenziellen Investoren cool dasteht. Und das ist für mich der entscheidende, wirklich der nächste Schritt. Wenn das passiert, wenn der Bitcoin-ETF kommt, dann ist Bitcoin 15 Jahre alt, oder? Ja, das White Paper ist schon 15 Jahre alt. Die Blockchain noch nicht, ne. Bitcoin ist noch nicht erwachsen, aber Bitcoin kommt in den Stimmbruch. So kann man es vielleicht. Also die Zeit der kindlichen Naivität ist endgültig vorbei. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht einfach in diesen Phasen. Wenn man sich jetzt spieltheoretisch nochmal in die Lage versetzt von BlackRock, vielleicht von Saudi Aramco oder sonst diesen großen Playern, macht es nicht dann eigentlich sogar mehr Sinn, dass man einfach mehr investiert in Bitcoin und eigentlich den Ball flach hält, damit man halt noch so viel akkumulieren kann wie möglich. Und dann, wenn man halt irgendwann mal gut abgedeckt ist, dann kann man anfangen mit, ja, Bitcoin geht zu einer Million und dann kann man diese ganzen wilden Price Predictions dann raushauen und so. Spielt man damit das Spiel nicht am allerbesten? Das kommt alles, ja. Das hängt auch stark vom Preis ab. Also wenn jetzt die positiven Nachrichten kommen, dann nicht nur deswegen, weil BlackRock im Hintergrund die Fäden zieht, sondern auch, weil einfach die Medien sich am Preis orientieren. Okay, ja, aber nochmal die, ich glaube nicht, dass Saudi Arabia als Staat oder auch Katar, dass die jetzt Bitcoin kaufen wollen. Wenn ich die wäre, würde ich Bitcoin Mining ins Land holen, Bitcoin Technologie ins Land holen, würde Angebote machen für Bitcoiner ins Land zu kommen, ja, würde vielleicht Steuern in Bitcoin einheben, würde selbst vielleicht Bitcoin Mining betreiben. Es geht nicht darum, Bitcoin im großen Sinn zu kaufen. Ja, das kann schon sein, dass sie das irgendwann machen, sollten sie auch machen natürlich, aber ganz ehrlich, was passiert, wenn erste Staaten strategische Bitcoin Reserven ankündigen? Ich glaube, da machen wir dann eine Live-Sendung oder so, also da möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ja, jetzt geht es mal darum, dass Bitcoin als breites, investierbares Asset akzeptiert wird von einer Masse von Menschen, die heute nicht Bitcoin kaufen würden, die sich auch keinen Coinbase Account zulegen würden. Die richtigen Boomer, die auf dem ganzen Geld sitzen, vor allem in den USA. Ich glaube, das ist so der Kern der Story. Gepaart natürlich mit dem Halving im April und dem ganzen Imagewandel, der mit diesem Ding mitkommt. Ich glaube, das ist so der Nukleus der Story, warum ich jetzt auch am Ende des Jahres 2023 sage, es herrscht jetzt eine gewisse Dringlichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nicht sein ganzes Geld reinzustecken. Not financial advice, aber einfach mal den Zeh ins Wasser halten. Was glaubst du, hindert die Leute noch daran, sich jetzt noch nicht genügend mit Bitcoin zu beschäftigen? Weil natürlich ist natürlich ein Argument mit den ETFs, dann können die großen Finanzinvestoren einfach mit einem Klick dann auf ihrem Smartphone da ihren ETF kaufen. Aber ich meine eher von so einer charakterlichen Perspektive. Ist es für viele auch so ein Ego-Tod, den man durchgehen muss, dass sich Leute schon ewig irgendwie mit Finanzen beschäftigen, sich dort selber schon so ein bisschen als Experten sehen? Die sehen jetzt vielleicht die ganzen Bitcoiner, diese Bitcoiner-Maximalisten und das wirkt auf die so ein bisschen verrückt und die wollen denen halt auch nicht recht geben, ohne jetzt zu sagen, dass wir jetzt hier die Leute mit der Ahnung sind. Ja, zum Teil, zum Teil, aber ich glaube, es ist viel banaler. Ja, also du kannst argumentieren, dass quasi, wenn ich den ETF für BlackRock kaufe, dann kann ich quasi ohne den Ego tot zu sterben in Bitcoin investieren, kann ich einfach. Aber es ist viel banaler, es ist einfach große Institutionen, die Geld investiert oder große Familien mit viel Geld, sagen wir, du bist auf dem Family Office, verwaltest 1,5 Milliarden, weil dein Großvater irgendwann mal ein Gummiringerl erfunden hat, das besonders stabil ist und da passiert dein ganzer Reichtum drauf. Schon seit der Enkel-Generation oder seit der Generation deiner Eltern verwalten die nur noch die Kohle. Und dann sagt dein Banker, ja, ihr habt ja schon von Bitcoin gehört, wir können euch das jetzt anbieten, wer macht das BlackRock, aha, BlackRock, das halten wir für seriös, da können wir reintun, und dann allokieren wir mal ein Prozent oder zwei Prozent. Nur bei ein Prozent von einer Milliarde ist halt schon sehr viel Geld. Und wenn das aber mehrere machen, die eine Milliarde haben, dann wird das einfach automatisch da reinfließen. Ich glaube, das ist die Automatisierung, also die Automatisierung von Investmentflows über ETFs, dass die da eine ganz große Rolle spielen werden. Dass du einfach sagst, naja, das gehört halt, das ist ja so Standardallokation, da hat man halt Bitcoin drinnen. Auch weniger aus Egotod, sondern eher so aus, naja, wenn die das haben, will ich das auch. Das steigt zu stark, da sind wir dabei, das ist prima. Und es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, Performance und Preis ist natürlich der Wichtigste. Am Ende des Tages, warum investierst du auf einen Online-Broker irgendwas? Na, da ist das Number-Go-Up, ne? Und wir werden sehen, wie stark ist das jetzt schon gefrontrant worden? Also, das werden wir sehen, das wissen wir jetzt noch nicht. Also, wie, 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 ähm, äh, wie im Bereich, ich habe schon mal die Spekulation abgegeben oder die Idee abgegeben, dass wenn das mal kommt, dann geht es dann eher runter. Aber das werden wir dann sehen, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, dass die, die Main-Story ist, die Finanzgiganten kommen, Cantor Fitzgerald, BlackRock, Fidelity, etc. pp. Es gibt eine ganze Reihe, die da hinein wollen, ja. Und mit den Amerikanern wird es nicht bleiben, sie werden es in Europa machen, sie werden es in Asien machen. Und es wird jetzt natürlich dann auch die Phase kommen, in der du mit einem Bitcoin-Projekt in deiner Firma plötzlich auf offene Ohren stößt, weil eben in den Mainstream-Medien sich, wird sich die Erzählung drehen. Ich glaube, das ist dann der entscheidende Punkt. Wenn in der New York Times steht, habt ihr nicht gehört, alles Bullshit, was wir bisher geschrieben haben, sorry, Jungs, sorry. Wir haben uns das nicht überlegt mit dem, mit dem, mit der Energie. Ja, also, ganz ehrlich, wir haben das nicht wirklich recherchiert. Wir haben das einfach von dem Dodel, von der niederländischen Notenbank übernommen. Big, big sorry, Bitcoin ist jetzt cool, ja. Du kannst jetzt dein New York Times-Abo mit Bitcoin bezahlen und coole Sache, ja. Also, das geht dann schnell und die Leute vergessen ja auch schnell den Blödsinn, den sie vorgestern geglaubt haben. Das geht rucki zucki. Ja, ich glaube wirklich auch, dass einfach diese breitere Akzeptanz halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, die Zeiten sind langsam vorbei, wo dann die Medien darüber schreiben, dass die Bitcoiner Psychopathen sind. Und ich glaube, viele Leute mit dieser Akzeptanz, die trauen sich dann auch eher darüber zu sprechen. Also, du warst letztens bei Admira Wacker und also der Fußballverein aus Österreich, der jetzt Bitcoin auf ihren Trikots hat, die jetzt Lightning-Zahlungen akzeptieren und so im Fanshop. Da hat, meine erste Reaktion war so ein bisschen, okay, da hat jetzt jemand auch irgendwie Bitcoin gefunden und nutzt es dann auch als Marketing und so. Aber wie man dann erfährt, also der Hubertus, der da der Initiator ist, der ist eigentlich auch schon seit Ewigkeiten da dabei bei Bitcoin. Aber der hat jetzt den Zeitpunkt halt gewählt, weil er gesehen hat, okay, jetzt auch mit den ETF-Zulassungen und so bald, jetzt ist es langsam okay, darüber zu reden. Und deshalb kann man damit dann auch werben und das auf die Trikots packen. Und, ja, also. Weil, wenn natürlich, also, Bitcoin ist quasi eine Weltmarke, die du gratis nutzen kannst für deine Zwecke. Ja, und wenn das Aufmerksamkeit bringt, warum nicht? Am Anfang haben das viele gemacht, aber da war es halt nicht sehr, soll ich sagen, originell. Ganz am Anfang, so die ersten Jahre von Bitcoin, ja, du kannst hier mal Pizza bestellen und in Wien hast du einen Zustelldienst gegeben, wo du mit Bitcoin zahlen konntest und so. Ja, das war damals, aber damals war der Marketing-Gag kleiner, weil du hast jetzt auch nicht diese Erzählung. Jetzt bei Miravaka, also Hubertus, aber du hast jetzt auch, also der hat sofort 21 Energy-Heizungen bestellt für die Kabine, damit es nicht zu kalt ist und so, ja. Also du hast schon mehr als das. Und ganz banal gesagt, muss ich auch sagen, warum nicht? Ich meine, wir sind ja alle bei Bitcoin gelandet, weil wir auch ein bisschen, also weil wir nach einer positiven Zukunft suchen. Jeff Booth hat das letztens super gesagt in einem Video, das ich gesehen habe, hat gesagt, schau, du hast auf der einen Seite dieses in sich zusammenstürzende System, in dem alles schlecht ist, immer nur Krieg, Krise, kein Optimismus, ja. Und am Schluss bringt das Klima alle um. Und das ist ja, muss man auch dazu sagen, im Fiat-System wird ja nicht nur Bitcoin schlecht gemacht, es wird ja alles schlecht gemacht. Es gibt ja keine, AI bringt uns um, die EU kommt gar nicht damit hinterher, jedes Detail unseres Lebens zu regulieren, weil sie solche Angst haben, dass sie vor dem eigenen Bedeutungsverlust. Und in der Bitcoin-Welt herrscht Optimismus, Aufbruchstimmung, weil wir eine Welt auch sehen, also hinter Bitcoin steckt noch viel, 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 viel mehr als ein investierbares Asset. Ich habe inzwischen über 100 Folgen in meinem Podcast gemacht, wo klipp und klargestellt wird, dass da schon ordentlich was dahinter steckt, dass auch die Welt wirklich zum Positiven verändern kann, dass neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, dass ein hartes Geldsystem, ein digitales Geldsystem ins letzte Winkel der Welt tragen kann. Also die Möglichkeiten sind endlos. Und da ist eben die Akzeptanz durch den Mainstream nur ein Schritt am Weg dorthin. Ja, und das hast du letztens gesagt, das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben. Das hast du ja, in der Fiat-Welt hast du ja sonst nirgendwo, wo wirklich einfach so viel Hoffnung in der Zukunft irgendwo noch herrscht. Natürlich, wir mögen es auch, wir Bitcoiner, dass wir ein bisschen diese Probleme aufzeigen. Aber generell, so gibt Bitcoin halt auch einfach wirklich viel Hoffnung für die Zukunft, dass einfach mit einem Hartgeldstandard gesellschaftliche Probleme halt irgendwo gefixt werden können. Das versteht man teilweise auch erst dann, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt hat. Also ich kann mich damals noch so genau erinnern, wie ich den Bitcoinstandard gelesen habe. Und mir das auf einmal erst mal klar geworden ist, wie tiefgreifend dieses schlechte, weiche Geld halt in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft einwirkt und wie halt ein hartes Geld mit Bitcoin halt die Lösung sein kann. Ganz genau. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt hat David Alaba sich auch noch das Kreuzband gerissen. An dieser Stelle alles Gute, David. Ich hoffe, dass du rechtzeitig fit wirst. Aber es ist natürlich ein weiterer Schlag für die Fiat-Welt. Die hatte noch die Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr. Aber ohne David, ich möchte jetzt nicht negativ reden. Das sind wir Österreicher, sind immer so negativ. Wir hatten super Voraussetzungen, freue ich mich drauf. Aber in dem Sinne haben wir Fußball und Bitcoin auch wieder in Verbindung gebracht. Danke Ben, auch für das letzte halbe Jahr in unserem Format. Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns in 2024, dem Jahr, keine Ahnung, in dem die Finanzgiganten kommen, BlackRock etc. Frohe Weihnachten. Und an euch sage ich auch Danke. Wird vielleicht wahrscheinlich das letzte Video sein, zumindest vor Weihnachten von meiner Seite. Das zweite Jahr geht zu Ende. Ich bin mega hyped, freue mich aufs dritte. Ja, alles Gute und schönes Fest. Ja, alles Gute und schönes Fest.